Ruft eure Mutter an und sagt ihr, dass ihr ausziehen wollt. Ihr hofft mich, wird sie nicht traurig sein. Let's go! Hallo Emil! Hast du kurz Zeit? Ja! Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir vielleicht ausziehen wollen im nächsten Monat. Oh nein! Dann wollen wir halt raus, weil ich hab keine Lust mehr zu Hause zu wohnen. Und dann denkst du auch gar nicht so an uns, ne? Dass es schön wäre, wenn du noch ein bisschen bei uns bleibst. Oh, das war süß, Mama. Ja, das ist nur so.